Guten Morgen. Ich bete zu Beginn noch kurz. Heiliger Geist, Gott in uns, danke, dass wir in deinem Wort lesen können, dass wir dein Wort hören können. Schenke uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Sommerferien, Predigtreihe, weiter geht es mit der Apostelgeschichte. Letzte Woche ein großer Abschnitt, Kapitel 13. Ich weiß nicht, wer von euch da war und wer nicht da war, deshalb ein kurzes Recap. Paulus in Antiochia in der Gegend Pisidien und dort tut er, was er immer tut. Er geht in die Synagoge in den Gottesdienst seiner jüdischen Geschwister, um ihnen den neuen Weg vorzustellen, den Weg, den Jesus ihm aufgezeigt hat, den Weg, den Jesus für ihn bedeutet, den Weg, den er als denjenigen erkannt hat, der uns dem Gott Israels näher bringt. Und Paulus und seine Mitreisenden werden aufgefordert von der Gemeindeleitung, wenn ihr etwas reden wollt, so heißt es, und das Volk ermahnen, so sagt es. Und da lassen die sich ja nicht gleich zweimal bitten. Paulus Rede ist dann beeindruckend. Letzte Woche in der Predigt hat Johannes sie ausgelegt. Paulus knüpft an die Glaubensgrundsätze seines Volkes an. Er spricht vom Bund und von der Erwählung. Er erinnert die Zuhörenden an früher Erfahrungen, die das Volk mit seinem Gott gemacht hat. Und er spricht vom Segen, den das Volk in der Fremde erlebt hat, von der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten, vom Rettungsweg durch das Meer und die Wüste, vom Geschenk des Landes Kanaan, von den Richtern und von den Propheten, die dem Volk dienten, von Saul und von David, den großen Königen, von Johannes dem Täufer, der das Volk zur Umkehr gerufen hatte und schließlich von Jesus, dem Retter. Und diesen Jesus, den rückte ins Zentrum seiner Rede, Jesus, den Gott geschickt hatte und an dem er seine Verheißung erfüllt habe. Jesus, den die Einwohner und Oberen Jerusalems verurteilt haben. Jesus, der vom römischen Stadthalter Präfekten Pontius Pilatus verurteilt worden ist. Jesus, der ins Grab gelegt worden ist und doch nicht im Grab geblieben ist. Der von den Toten auferweckt wurde, der sich gezeigt hat und heute noch zeigt. Der uns die göttliche Gnade zeigt. Auch dann und dort, wo alles gnadenlos zu sein scheint. Jesus, der von Vergebung nicht nur redete, sondern der schaffte, was er sagte, meinte, was er versprochen hat. Vergebung, Gerechtigkeit, neues Leben. Paulus bringt es auf den Punkt. Und dann heißt es in den letzten beiden Versen, die Johannes am vergangenen Sonntag noch ausgelegt hat. Als sie aber hinausgingen, baten die Leute, dass sie am nächsten Schabbat noch einmal von diesen Dingen redeten. Und als die Versammlung auseinanderging, folgten Paulus und Barnabas, viele Juden und gottesfürchtige Nichtjuden, die sich zur Gemeinde hielten. Die beiden sprachen mit ihnen und ermahnten sie, dass sie bleiben sollen in der Gnade Gottes. Man könnte also sagen, ein erfolgreicher Auftritt. Paulus und Barnabas predigen in der Gemeinde. Sie erzählen von Jesus, dem neuen Weg und Retter und ernten erst einmal Zustimmung. Kommt doch noch einmal wieder. Nächste Woche redet doch noch einmal von dem, was auf eurem Herzen ist. Und ihr könnt euch vorstellen, auch hier lassen sich die beiden nicht lange bitten. Natürlich, wenn man eingeladen wird, dann folgt man dieser Einladung doch irgendwie gerne. Im ersten Petrusbrief wird es später heißen, seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Paulus und Barnabas lassen sich darauf ein. Sie kommen noch einmal. Und so ist es also eine Woche später. Erneut Schabbat-Gottesdienst. Man könnte sagen, Fortsetzung der Predigtreihe. Gleicher Ort, die Synagoge der Gottesdienstraum in Antiochia in der Gegend Pisidien. Und dann heißt es, und damit sind wir jetzt beim heutigen Predigtext, den ihr jetzt auch hinter mir mitlesen könnt. Am folgenden Schabbat aber kam fast die ganze Stadt zusammen, um das Wort Gottes zu hören. Als aber die Juden die Menge sahen, wurden viele neidisch und widersprachen dem, was Paulus sagte und beschimpften ihn. Paulus und Barnabas aber sprachen frei und offen. Euch musste das Wort Gottes zuerst gesagt werden. Da ihr es aber von euch weist und euch selbst nicht wertachtet des ewigen Lebens siehe, so wenden wir uns zu den Nichtjuden. Denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht für alle Völker gemacht, dass du das Heil seist bis an das Ende der Erde. Als das die Nichtjuden hörten, wurden sie froh und priesen Gott den Herrn für diese Botschaft und alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Und das Wort Gottes des Herrn breitete sich aus in der ganzen Gegend. Aber die Juden hetzten die gottesfürchtigen und einflussreichen Frauen und die Oberen der Stadt auf und zettelten eine Verfolgung an gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gebiet. Diese aber schüttelten den Staub von ihren Füßen als Zeichen der Warnung und machten sich auf den Weg nach Ikonion. Die Jünger aber wurde mit Freude und Heiligem Geist erfüllt. Ein Text, ein Geschehen, zu dem man vieles sagen könnte. Drei Gedanken, drei Perspektiven sind es, die ich heute Morgen mit euch teilen möchte. Drei Perspektiven, so glaube ich nicht allein für uns als Einzelne und auch nicht allein für uns als Gemeinde, sondern beides verbunden. Für mich, für euch ganz persönlich, individuell, einzeln vor Gott und zugleich für uns als eine Gemeinde, die wachsen möchte, die sich immer wieder neu ausrichten möchte auf den Gott, der schon damals die, die seinen Weg gehen geführt hat und der das noch heute tun möchte. Ein erster Gedanke, Klarheit bringt Erfolg. Eine Woche später kommt fast die ganze Stadt zusammen, so heißt das. Die Botschaft hatte sich herumgesprochen. Alle waren hellhörig geworden. Was ist das nur für eine Rede, dass die beiden Fremden da halten? Sie wollen wissen, was er sagt. Sie machen sich auf. Fester Termin, nächster Schabbat, da können sie, wir sie hören. Und es kommen nicht nur die Mitglieder der Gemeinde zusammen, sondern es strahlte aus auf die ganze Stadt. Und fast die ganze Stadt kommt, um Paulus zu hören und seine Rede von Gott. Und dann das Ergebnis. Alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren, heißt es im Text. Und das Wort Gottes des Herrn bereitete sich aus in der ganzen Gegend. Was fällt auf? Paulus und Barnabas hatten frei und offen gesprochen. Schon beim letzten Mal, letzte Woche und jetzt auch wieder. Ohne Umschweife, ohne Umwege, ohne herumzueiern. Nicht von irgendeiner neuen religiösen Erfahrung, die man vielleicht mal ausprobieren könnte. Nicht von einer Option, die es wert sei, zu diskutieren. Nicht von einem Lifestyle-Aspekt unter vielen. Nein, von Jesus. Von Jesus als dem einen Retter sprachen sie. Von Jesus, der das Licht für alle Völker sei. Der Vergebung, Gnade, Gerechtigkeit und neues Leben bringt. Frei. Klar. Direkt. Wagemutig. Überzeugend. Meinungsstark. Sicher. Sie knüpfen an an die Erfahrungen, an die Lebenswelt ihrer Zuhörerinnen und Zuhörer. Na klar, das lassen sie nicht außer Acht. Sie reden nicht losgelöst vom Leben und vom Denken derer, die ihnen zuhören. Aber sie eiern nicht herum. Sie bleiben klar und direkt. Und das bringt, so könnte man es sagen, den Erfolg. Klarheit bringt Erfolg. Und jetzt haben wir ja von einem solchen Bibeltext vor allem dann etwas, wenn wir uns mit ihm vergleichen. Und die Frage lautet, wie ist das bei mir? Wie ist das bei uns? Bei dir? Bei uns als Gemeinde? Wie oft wünschte ich mir, so klar zu sprechen. Frei und offen. Mutig und transparent. Direkt und auf den Punkt. Und wie oft liege ich daneben? Wenn ich herumdruckse und die Botschaft von der Hoffnung und der Rettung einkleide in viele schöne, auch wohlklingende Worte, die auch nicht falsch sind, aber auch nicht unbedingt zur Klarheit beitragen. Wenn ich vor allen Dingen auf Sicherheit bedacht bin, die anderen nicht zu verschrecken. Anstatt klar und deutlich zu sagen, wer der Retter ist. Wenn ich mich vielleicht gar nicht traue und dann lieber gar nichts sage. Wenn ich Gelegenheiten verpasse, selbst dann so viele, wenn ich gefragt werde. Wie sieht es bei uns aus? Bei dir? Frei und offen die Botschaft von der Gnade Gottes zu verbreiten. Klarheit bringt Erfolg. So ist wohl die eine Perspektive, die das erzählte Geschehen uns vor Augen malt. Klarheit bringt Erfolg und Widerstand. Das ist die andere Seite der Medaille. Viele wurden neidisch und widersprachen dem, was Paulus sagte und beschimpften ihn, heißt es. Die beiden werden gar verfolgt und vertrieben. Etwas, das wir in unserem Land so nicht kennen, aber der Widerspruch, die Gegenrede, auch der harsche Widerstand, den kann man auch hier kennen. Und meiner Beobachtung nach eher mehr als weniger. Klarheit ist es, die das bewirkt. Zum Widerstand und wie man damit umgeht, kommen wir gleich nochmal. Meine Frage zum ersten Punkt, wie kann ich die Botschaft klar auf den Punkt bringen, dass sie Erfolg und dann auch Widerstand bewirkt? Wie kann ich es klar auf den Punkt bringen in der sprichwörtlichen New York Minute? Wie kann ich es so sagen, dass wenn ich gefragt werde, ich genau weiß, was ich antworten möchte, was meine Hoffnung ist, was mich trägt? Wenn ich nur eine Gelegenheit habe oder wie Paulus und Barnabas 2, wie kann ich, wenn ich gefragt werde, rüberbringen, wer Gott ist, wer Jesus ist und was er bedeutet, was er mir bedeutet? Und will ich das üben? Damit ich jederzeit Rede und Antwort stehen kann, denen, die nach der Hoffnung fragen, die mich erfüllt. Der erste Gedanke, Klarheit bringt Erfolg und Widerstand. Wie kann ich klar werden? Der zweite Gedanke, ich habe dich zum Licht für alle Völker gemacht, dass du das Heil seist bis an das Ende der Erde. Paulus zitiert hier aus dem Buch des Propheten Jesaja. Und nach diesem Geschehen ziehen sie weiter. Paulus und Barnabas nach Iconion, das ist die heutige südliche Türkei. Weiter geht's. Das ist der Horizont. Nicht stehen bleiben beim eigenen, weiter gehen. Man könnte sagen, den weltweiten Horizont der Mission im Blick behalten. Mission, das heißt ja geschickt sein. In Latein kann mittere, schicken, Mission, geschickt sein. Perfekt passiv. Jetzt hört es allerdings auf mit meiner Kenntnis. Nun können wir ja nicht einfach so unsere Gegend verlassen. Wir sind gestellt an einen bestimmten Ort, in einen bestimmten Kontext. Eine Familie vielleicht, ein Beruf, eine Gemeinde, ein Ort, an dem wir verankert sind. Und doch, glaube ich, stellt sich uns die Frage, haben wir diesen Horizont im Blick? Sehen wir den Horizont der Mission, der nicht endet im Bizza-Lieferdienstbereich, Postleitzahlenbereich 490 und dann ist Feierabend, sondern der ins Weite geht, ins Weltweite geht, bis an das Ende der Erde. Als Gemeinde unterstützen wir Projekte, Missionsprojekte in der Ukraine, in Kenia. Wir pflegen Kontakte zu Menschen in anderen Weltreligionen, die dort arbeiten. Noch einmal herzliche Einladung, 8. Januar, Sena kommt. Und das ist, 8. August, habe ich Januar gesagt? Ja, da merkt man, dass ich mir, naja gut. Also, 8. August, Sena kommt. Wir pflegen Projekte, Ukraine, Kenia, Kontakte und das ist gut so. Meine Frage ist, wo prägt das noch unseren Alltag, meinen Alltag, deinen Alltag? Und wie können wir das hineinnehmen? Diesen weltweiten Horizont in unser ganz alltägliches Leben bis an das Ende der Erde. den Horizont der Mission im Blick behalten. Gemeinde und jeder Einzelne, jeder Einzelne sind dazu aufgerufen, nicht allein in unserer eigenen Suppe zu kochen, sondern den Blick zu heben, weiter zu sehen und manchmal auch weiter zu gehen bis an das Ende der Erde. Paulus und Barnabas gehen diesen Weg und wir sind gerufen, diese Perspektive, diesen Horizont mit im Blick zu behalten, ins Weite zu schauen. Der zweite Gedanke bis ans Ende der Erde, der Horizont der Mission. Ein dritter Gedanke, was trägt uns jetzt durch? Paulus und Barnabas werden angegriffen. Sie erleben Erfolg und sie erleben Widerstand zugleich. Sicher auch für diese beiden, ich sag mal, Helden des Glaubens nicht ganz leicht. Wie gehen sie damit um? Die letzten beiden Verse geben einen Hinweis. Diese aber schüttelten den Staub von ihren Füßen als Zeichen der Warnung und machten sich auf den Weg nach Ikonion. Die Jünger aber wurden mit Freude und heiligem Geist erfüllt. Den Staub von den Füßen abschütteln. In der Antike eine zeichenhafte Handlung, die den Abbruch der Beziehung zum Ausdruck bringt. Noch nicht einmal den Staub des anderen, der anderen will man behalten. Sie loslassen, die einen ablehnen. Ihnen nicht nachhängen, sondern sie Gott übergeben, dass er ihnen weiter nachgeht. Es abschütteln, wenn man abgelehnt wird, wenn die Botschaft nicht auf fruchtbaren Boden fällt, wenn es schwer ist, die gute Nachricht weiterzutragen. Es loslassen, in Gedanken nicht nachzuhängen, wenn man Widerstand, Widerspruch, Gegenrede erfährt, wenn das mal so einfach wäre. Was trägt uns durch in schwierigen Zeiten? Was trägt durch Ablehnung, Enttäuschung und Widerstand? Was hält mich, wenn es schwierig wird? Der Text sagt, die Freude und der heilige Geist. Die Jünger aber wurden mit Freude und heiligem Geist erfüllt. Die, die Jesus nachfolgen, die, die von lernen wollen, die, die ihn Freund nennen und Bruder und Lehrer, Meister und Retter, die richten sich auf die Freude aus und werden erfüllt vom Geist Gottes. Das ist es, wonach wir uns immer wieder ausstrecken sollten. Die Freude an Gott, die Freude aneinander, die Freude über die Welt, die Gott uns geschenkt hat. Die Freude daran, dass Gott heute sein Werk tun möchte. Die Freude, die in uns ist, ob uns Erfolg oder Widerstand oder beides begegnet. Und der Geist Gottes, der uns erfüllt. Das wesentliche Sehen, so hat es, ich glaube, Annika, war es vorhin gesagt, das Wesentliche Sehen. Das macht den Unterschied. Auch hier meine Frage, wo stehen sie bei uns im Mittelpunkt? Die Freude über das Gute und das Gelingende und das Schöne? Die Freude über Gott? Das Sehen, was wesentlich ist? Und der Geist Gottes, der in uns ist, der in uns wohnt, der uns erfüllen möchte, der uns durchträgt in Erfolg und Widerstand, in Zustimmung und Ablehnung, in Aufnahme und Vertreibung, im Stehenbleiben und im weitergehen. Im herausgefordert sein, im Reden und im Schweigen. Der Geist Gottes, der uns mitnehmen will auf eine solch großartige Reise. Stehen sie im Mittelpunkt? Finden sie den Raum, den sie haben sollen? Klarheit bringt Erfolg und Widerstand. Wie kann ich klar werden und bereit, jederzeit jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die mich erfüllt? Bis ans Ende der Welt, der Horizont der Mission im Blick? Wo kann ich es lernen, diese Perspektive, meinen Alltag, mein Leben prägen zu lassen, dass es um mehr geht als den Lieferbereich meiner Pizza, sondern um die ganze Welt? Und Freude und Heiliger Geist, erfüllen sie uns und tragen sie uns durch, durch Zustimmung und Ablehnung, Erfolg und Widerstand. Fragen an uns, jedem für sich und Fragen an uns als Gemeinde. Für heute, vielen Dank fürs Zuhören. Amen. Vielen Dank.